Guten Morgen! Guten Morgen! Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse. Heute, es ist Mittwoch, der 20. September 2023 und gemeinsam mit XCW wollen wir einen Blick werfen auf, natürlich, die Fetlinesentscheidung, die heute ansteht. Ich sage es bereits vorab, es wird ein bisschen pathologischer werden, denn wir wissen nicht genau, in welche Richtung es geht, aber es macht durchaus Sinn, dieses Pathologische jetzt bereits auf den Weg zu bringen, auch den ruhigen Handel, den wir in den kommenden Stunden erwarten dürfen, nicht nur in den europäischen Indizes, sondern auch in den US-amerikanischen an der Wall Street zu nutzen, uns vorzubereiten, um dann, wenn die Action losgeht und wenn die Leitzinsentscheidung entsprechend durchläuft, entsprechend eben die resultierende Price Action, die Volatilität, die wir zu sehen bekommen, sei es im S&P, sei es im Nasdaq, sei es im Gold auch von mir aus, dass wir diese dann entsprechend einordnen können, ob diese in Anführungsstrichen in unserem Bild, wie wir es skizzieren zuvor, wie wir es Gameplan Sinn macht und dann ausgehend davon, entsprechende Handelsentscheidungen zu treffen. Das macht wesentlich mehr Sinn, als sich dann in dieser Situation erst in Anführungsstrichen vorzubereiten, beziehungsweise darauf zu reagieren und die News entsprechend zu interpretieren. Das kann dazu führen, dass man Handelsentscheidungen trifft, die eventuell, ja, vor allem primär emotional, einfach primär gefühlsbasiert eben tatsächlich sind, nicht, dass wir auch beim Erstellen eines Gameplans einen Bias mit einfließen lassen, eine gewisse emotionale Vorverurteilung erfahren haben bereits oder dergleichen, aber wie gesagt, es macht durchaus mehr Sinn, wenn man nicht unter Feuer steht, in Anführungsstrichen, zunächst einmal solch einen Plan durchzuexessieren. Wir wollen das tun, das wird, wie gesagt, ein bisschen pathologischer. Ich habe schon viel, viel Vorarbeit geleistet, gemeinsam mit den Teilnehmern im Live-Event, im Guten Morgen, Börse und das Schied, wie gesagt, das gehen wir gleich nochmal Punkt für Punkt durch und ich hoffe, dass ihr dann euch gut vorbereitet für die Fert heute Abend fühlt. Bevor wir ganz offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Visum und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, dass ihr den Handel risikofreisch schaut, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein Eignen, sofern man das für sich mit Ja beantwortet. Da hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Risikohinweis, ganz besonders auf der Webseite xdb.com.de auch gerne die Möglichkeit nutzen, direkt in Kontakt zu treten mit dem Kundensupport im Berliner Büro. Ganz kurz in diesem Zusammenhang, auch in eigener Sache, bitte nichts, was ich in den folgenden Minuten hier präsentiere, als Anlageempfehlung missverstehen, sondern bitte als rein edukativ, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen, eure Kommentare hinterlassen unterhalb des Videos, aber wie gesagt, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Darüber hinausgehend, einmal hier die Kontaktdetails, Telefonnummer, E-Mail-Adresse zu oder von xdb zu xdb, vielleicht als Broker ganz kurz erwähnt, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet man hier in der Mitte aufgelistet. Darüber hinausgehend, ein Grund mit Sicherheit, der dazu auch beigetragen haben dürfte, ist die xStation. In die wollen wir jetzt einen Blick werfen, aber heute soll der Hauptfokus weniger auf der xStation liegen, beziehungsweise auf den Charts hier an dieser Stelle. Da können wir ganz kurz mal durchflippen, aber nichtsdestotrotz, es soll um ein Word-Dokument tatsächlich gehen, welches ich vorbereitet habe. Wie gesagt, dazu gleich mehr. Ganz kurz zum DAX, Trading innerhalb einer choppy-Range. Wir warten auf Impulse, frische Impulse. Bullishness sollten wir erwarten bei einem Break über 16.000, 16.050, vielleicht 16.100. Auf der Oberseite, das entspreche einem Break aus dieser Range auf der Oberseite. Auf der Unterseite 15.500, 15.600, hier die Support-Region. Break darunter, halten unterhalb wäre eher bärisch. Technisch jedenfalls zu interpretieren. Beliebt, oder ich würde es bevorzugen, einen solchen Break durch einen fundamentalen Katalysator zu sehen. Was könnte das sein? Wie gesagt, dazu gleich mehr. Ganz kurzer Blick auf den Spider, den S&P 500 ETF an dieser Stelle, den ich heranziehe, weil ich hier die Kasse habe und damit das Haupthandelsvolumen abgebildet seht oder die Haupt-Price-Action. Wir handeln weiterhin unterhalb des EMA 65 auf 30 Minuten Basis. Das entspricht der 5-Tage-Linie. Wir haben gestern einen kurzen Break, einen Flush-Out zu sehen bekommen unter diese Support-Region, die wir hier zum Thema gemacht hatten. Das hat kurzzeitig für die Short-Seite gesprochen. Ich hatte kurzzeitig auch ausgehend von diesem übergeordneten Impuls in AMD einen Short-Play auf den Weg gebracht. Allerdings kam der Break unter die 100 nicht zustande. Somit ist der Trade an Break-Even rausgegangen. Wir handeln jetzt wieder im Bereich um die 4,42. Auch hier erwarten wir frische Impulse. Mal schauen, die Vorbörse läuft, vor Börse in Anführungsstrichen, beziehungsweise vor der FED, findet ja noch ein wenig Handel statt, aber sollte man dort nicht große Impulse, nachhaltige Impulse eben erwarten. Gleiches gilt hier auch an dieser Stelle für die Queues. Aber wie gesagt, unser Hauptfokus heute erstmal auf der FED und dann eben der Leitzinsentscheidung. Wir sehen es hier bereits im Kalender einmal. Es wird erwartet, dass die FED den Leitzins unverändert lässt. 5,25 bis 5,50. Aber viel interessanter wird sein, was wird der sogenannte Dot-Plot liefern. Denn heute ist das September-Meeting und im März, Juni, September und Dezember werden zeitgleich zu der Leitzinsentscheidung eben auch sogenannte Economic Projections veröffentlicht, seitens der FED. Und dort ist dann auch der sogenannte Dot-Plot erstmal im Mittelpunkt des Geschehens. Das, was leitzinstechnisch seitens der stimmberechtlichen FED-Mitglieder erwartet wird. Kurz ganz vielleicht zur Beantwortung der Frage. Du schaust dir jetzt das Video an und du denkst dir, sag mal, wo kommt eigentlich die Erwartung her? Also woher weiß man eigentlich, was man erwartet? Also wer erwartet da eigentlich? Und wo kommen die 5,25 bis 5,50 her? In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick auf das sogenannte FED-Watch-Tool. Das ist das, was wir suchen. Also hier habe ich einmal die Headline Major Central Bank set to keep rates higher for longer. Das erklärt, warum gleich zwei rote Punkte auftreten. Das ist das von mir favorisierte Szenario. Ganz kurz zum FED-Watch-Tool. Einfach googeln. FED-Watch-Tool. Und dann hat man hier einen Überblick über den Terminmarkt und wie dieser entsprechend eben die Leitzinsniveaus zu einem bestimmten Meeting seitens der FED erwartet. Hier sieht man die einzelnen Termine. Da sieht man 20. September 23. Und da sieht man 99% bei 525 bis 550. Ausgehend hiervon sagt man, die Erwartung des Marktes liegt bei 99%, dass die FED-PAT steht. Keine Leitzinsanhebung auf den Weg bringt. Da gibt es zwar noch 1%, deswegen ist es nicht 100%ig. Klar, aber das ist das, was der Terminmarkt erwartet. Und da die US-Notenbank nicht daran interessiert sein kann, entsprechend ausgehend von dieser Erwartungshaltung, die extrahiert wird durch den Optionsmarkt und entsprechend eben beispielsweise die sogenannten Griechen, Roh und dergleichen, daran interessiert ist, hier den Markt wirklich auf dem falschen Fuß zu erwischen und zu massiver Volatilität beizutragen, ist davon auszugehen, dass man hier seitens der FED dann auch dem Markt und der Erwartungshaltung des Marktes eben entsprechend folgt. Das heißt also, das ist kein Thema. Was ein Thema ist, sind die sogenannten Economic Projections. Das ist ein PDF, das ist aus dem Juni, der letzten Economic Projections, die veröffentlicht worden sind. Und das kann man heute Abend hier updaten mit dann entsprechenden Anpassungen des Datums. Also statt der 6 schreiben wir nur 9 rein, statt der 14 steht dann hier entsprechend die 20 und dann bekommen wir den sogenannten auch Dotplot, die Economic Projections insgesamt, aber eben auch den Dotplot. Die sieht so aus. Diese einzelnen Punkte sind stimmberechtigte FED-Mitglieder und hier unten kann man das entsprechende Jahr sehen. Und jetzt ist die Frage eben tatsächlich, wie verschieben sich diese Punkte innerhalb der Erwartung, vor allem für das Jahr 2024, vielleicht auch heute. Für Dezember, es gibt eigentlich nur noch zwei Zinsanheber oder Zinsentscheidungen und ausgehend hiervon, wird es eine Bestätigung dieser Punkte geben oder wird es die nicht geben, wandern diese Punkte in der Mehrzahl nach unten. Aktuell stehen sie hier bei, und das habe ich hier schon mal vorbereitet, aktuell stehen diese Punkte hier bei 5,50 bis 5,75 die Mehrzahl. Ich habe schon ein bisschen rumgeschmiert, also nicht wundern. Dieses durchgestrichene hier und dieses Wandern nach unten zum Beispiel wäre, wir gehen davon ab, oder die FED will den Leitzins nicht weiter antasten, jetzt im Jahr. Also sie bleibt auf diesem Niveau stehen, wo sie derzeit steht bei 5,25 bis 5,50 und reduziert ihn somit von 5,50, 5,75 auf 5,25, 5,50. Oder aber bleibt sie eben auf dem, in Anführungsstrichen, roten Niveau stehen. Das ist Punkt 1. Und dann sieht man hier unten auch, zudem habe ich noch mal grün eingefangen, aktuell ist die Erwartungshaltung, diese Punkte, die Mehrzahl der Punkte, die bestimmt, wo stehen wir da aktuell. Die Mehrzahl der Punkte findet sich tatsächlich nicht hier in der höchsten Erhebung, sondern wenn wir diese Punkte alle hier aufsummieren, da stehen wir bei 9,8. Und demnach ist die Erwartungshaltung, ausgehend von diesen Economic Projections, aktuell für das Jahr 2024, dass wir Ende des Jahres 2024 bei einem Leitzinsniveau von 4,50 bis 4,75 stehen. Das ist also das, was die letzten Economic Projections uns gezeigt haben. Und jetzt ist die Frage, wohin wandern die Punkte im übertragenen Sinne jetzt mit den heutigen Economic Projections? Und dafür haben wir dieses Dokument hier einmal aufgesetzt. Ich ziehe das einfach mal hier ganz kurz in die Mitte. Und da kann man schon mal Folgendes erstmal sehen. FED lässt den Leitzins unangetastet. Das ist nicht das, was interessiert. Was liefert der Dotplot, ist die Frage. Und zwar nicht nur, und dann müssen wir das so ein bisschen durchdeklinieren. Was liefert er für 2023? Was liefert er dann für 2024? Schauen wir uns erstmal an, was wir für 2023 erwarten, beziehungsweise welche Veränderung vielleicht denkbar ist. Gehen wir davon aus, dass wir 5,50 bis 5,75 nach unten anpassen? Und die Frage ist, ja oder nein? Gehen wir davon aus. Ihr erkennt hier bereits, ich sage nein. Ich glaube nicht, dass das passiert. Und das spiegelt sich zum Beispiel in dieser Headline hier auch wieder. Und ausgehend auch zum Beispiel von der Rhetorik der EZB letzte Woche. Die hat zwar gesagt, wir geben keine weiteren Zinsanhebungen, die gibt es nicht, aber wir sind höher für länger. Ich kann mir vorstellen, dass die FED dahingehend sich verändert zeigt, das war der Falsche, dass die FED sich dahingehend verändert zeigt, in gewisser Form, dass sie sagt, wir sind nochmal für 25 Basispunkte zu haben, vielleicht auch nach dem jüngsten Abtick in der Inflation. Also das ist meine Tendenz, aber diese Frage beantworten wir für uns selbst immer. Also das ist nur meine Einschätzung an dieser Stelle. Sehen wir eine solche Anpassung nach unten, ist das eher dobbisch zu interpretieren, also eher geldpolitisch lockerer. Und das wäre eher für Aktien, Aktienindizes bullish. Das wäre eher für Gold bullish. Das wäre eher für den US-Dollar bearish. Sehen wir es nicht, dann wäre das eher meiner Einschätzung nach für Aktien, Aktienindizes bearish, beziehungsweise für Gold eher bearish, den US-Dollar eher bullish. Also ich gehe diese einzelnen Punkte jeweils durch, um dann optimal vorbereitet zu sein und versehe das auch mit den entsprechenden Chart-technischen Niveaus natürlich. Also ich sage jetzt nicht nur, das ist meine Einschätzung und dann gucken wir einfach mal, sondern ich habe natürlich auch meine Assets, die ich natürlich betrachte. Im Hauptfokus heute meinerseits Gold und darüber hinausgehend möchte ich einen Blick werfen eben auf den Spider, möchte einen Blick werden auf den Qs, also auf den Nasdaq, beziehungsweise den S&P 500, vielleicht den DAX, aber hauptsächlich S&P 500, Nasdaq 100 und dann sprechen Gold und würde dann für die nochmal entsprechende Chart-technisch relevante Level und die Price Action, die ich erwarten würde, mir entsprechend anschauen. Dann darüber hinausgehend die Frage, das ist ganz wichtig sogar, das wird man gleich feststellen, warum das wichtig ist, denn es könnte sein, dass es keine Veränderung für den Dotplot 2024 gibt. Hier kann man nämlich erkennen, dass aktuell sowohl der Terminmarkt als auch das, was die FED in ihrer Economic Projections kommuniziert hatte im Juni, dass das 4,50 bis 4,25 ist. Und sollten wir wirklich 5,50 bis 5,75 zu sehen bekommen, dann entspreche das tatsächlich für das Jahr eine Erwartungshaltung seitens der FED-Offiziellen von vier Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte. Also wenn wir den Zins wirklich anheben, wie von der FED erwartet nochmal, im Dezember auf 5,50 bis 5,75, um dann auf Ende des Jahres 4,50 bis 4,75 zu kommen, naja, dann ist nötig, dass wir jetzt vier Zinssenkungen zu sehen bekommen. Und das ist eben jetzt die nächste Frage. Kriegen wir diese Bestätigung zu sehen? Ja oder nein? Ja, wird bestätigt, dann, hoppala, das war jetzt Mist, Moment, zurück, wird bestätigt, dann gehen wir zurück zu der ersten Stufe und sagen, okay, da hat es keine Veränderung gegeben, dann ist interessant, was sehen wir hier seitens Dotplot für Dezember 2023. Wenn der bestätigt wird, ja, wir passen ihn nach unten an, ist das eher dovisch und demnach eher bullisch für Aktien zum Beispiel. Oder er wird nicht bestätigt und beziehungsweise wir kriegen nicht die Anpassung zu sehen, wir bleiben bei 5,50 bis 5,75, nun, dann ist das eher bearish für Aktien und dann haben wir ein nächstes mögliches Szenario. Wenn er nicht bestätigt wird, da wird es dann ein bisschen komplexer, wenn er nicht bestätigt wird und jetzt die Tendenz eher in Richtung dovisch geht, also das heißt, wir sehen zum einen eine Anpassung des Dotplots für Dezember 2023 nach unten und zeitgleich 4 Leitzinssenkungen für das Jahr 2024 bis Dezember nächsten Jahres also, dann wäre das meiner Einschätzung nach klar bullisch für Aktien, klar bullisch für Gold auf jeden Fall und auch für den US-Dollar eher klar bearish, sollten wir eher hawkisch argumentieren. Und da sieht man, das ist meine Tendenz. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier eine Anpassung nach unten zu sehen bekommen, dass wir den Dotplot eigentlich erst größtenteils bestätigt sehen und dass wir vielleicht sogar die Punkte nach oben wandern sehen für das Jahr 2024, 4,75, 500, vielleicht sogar höher, das wäre dann eher für Aktien bearish, für Aktienindizes bearish, für Gold bearish und für den US-Dollar bullish. Also, möchte mich an der Stelle ein bisschen entschuldigen, weil sehr pathologisch, weil das muss man sich erstmal so ein bisschen reindenken, das ist absolut nachvollziehbar, aber ich möchte euch dennoch motivieren, macht die Arbeit vorher, damit ihr nicht von der Price Action dann überrascht werdet, sondern diese entsprechend einordnen könnt. Ich habe dieses Dokument abgespeichert, ich habe es auch den Teilnehmern im Live-Event, in meinem Guten Morgen Börse versprochen, wir werden morgen das aufmachen und dann gucken wir einfach mal, was ist passiert, um das dann als Basis zu nutzen für unsere Einschätzung für die Märkte dann morgen, im Guten Morgen Börse. Und das sei es meinerseits soweit gewesen. Happy Trading, passt auf die Stops auf, habt viel Erfolg mit der FED heute Abend, wir hören uns morgen wieder, ich freue mich, habt euch wohl, bis dann und tschüss.